also bald fehlt den autos hier was die haben keine lenkräder mehr da wird sich vieles verändern wir buchen die per app die kommen angefahren nehmen uns mit und fahren weiter wir werden allerdings umsteigen also vom auto in kleinbus zug vielleicht wieder zum auto um irgendwo hinzukommen die vorstellung wird jeder könnte überall hin mit seinem selbstfahrenden elektroauto würde zum völligen chaos für uns so viel platz haben wir nicht wir steigen also um allerdings es wird selbstfahrend alles busse züge und alles elektrisch dass der megatrend darauf läuft hinaus wir haben keine fahrpläne mehr sondern jeder sagt der ki wohin möchte die ki weil ich weiß welche autos und welche busse und fahrzeuge überall sind und versucht es so zu optimieren das ziel ist kein stau keine wartezeiten aber auch keine lehrfahrten keine leeren busse keine leeren züge und damit wird es so alles viel effizienter wir haben jetzt so ist im moment zumindest in münchen auf der öffentlichen nahverkehr so wird es nicht werden wir kriegen das hin dass wir die zeit produktiv nutzen können oder auch schöne bücher lesen können also wird eine schöne freue mich drauf wird eine entspannte zeit